herzlich willkommen zu gran turismo 7 live auf youtube heute kaufen wir den neuesten ferrari fxk oder fxx für 3,6 millionen fxxk ich habe die Farben es gibt sieht auch pervers aus schwarze rote offen ja mit zwei level aufgestiegen wo wir den ein bisschen tun können da hat schon 812 leistungspunkte aber sie gehen turbo oder so nix turbo geht auch nicht impresso auch nix hat schon alles ja brennen reich sch sch k w Mal testen, wie der sich fährt. 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 Das war's für heute. Mit den ersten Eingrücken wird es schwierig. Der Wachlisten. Der längstes Fokus. Der Wachlisten. Der Wachlisten. Der Wachlisten. Der Wachlisten. Mit wenig sealing Time für einen Vorauss. Und den Fokus zu tun. Er hat ein ganzes Schiff vorặt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.